jo leute was geht willkommen zurück zu poko purpur willkommen zurück zum leichtesten titan raid überhaupt und zwar zu terra ice intelion mein counter für intelion damit ist richtig easy ist ebitav und was man basically macht ist die ganze zeit nur a spam und up lightheap weil ihr werdet es gleich sehen durch siegeswille kriege ich jedes mal also bin ich dauerhaft auf plus drei weil intelion am anfang einmal tränengrüße macht und sobald er den status zurücksetzt und seinen schutz machte wieder tränen drüber ist man wieder auf plus drei also und der macht weißnebel man kann sein status also nicht senken seine mein angriff und seine verteidigung nicht senken stehlandschaft macht er ich mache direkt mal der movepool hier oben rein ich mache am anfang direkt ein up lightheap damit ich ganz schnell zum terratyp kommen und mich ganz schnell im terratyp kampf machen kann und ja was man eigentlich die ganze zeit einfach nur macht ist up lightheap drücken das war für mich bisher am einfachsten mit abstand am einfachsten mal gucke die tränengrüße rein und das geilere tränengrüße ist ewig davon siegeswille und dann wird bei einmal angriffsenkung der angriff stark gestärkt und bei spezial angriffsenkung auch noch mal der angriff stark gestärkt und das geile ist intellio macht das gleiche noch mal ein schild macht und den status zurücksetzt also ich glaube so einfach hatte ich es noch nie in irgendeinem raid als item habe ich Tarnum hand drauf weil dieser blizzard den er da die ganze zeit spammt sehr oft einfriert und einfrieren wollen wir nicht ich würde normalerweise auf metronome gehen weil das würde mehr sinn macht wenn man die ganze zeit up lightheap spammt aber blizzard das ist mir zu risky blizzard friert echt oft ein und das ist echt nervig so das war die dritte attacke der nächste grunde mit terror typ kampf und was soll ich euch noch sagen also jetzt hat er zurückgesetzt das macht gar nichts weil gleich die nächste drehengrüße kommen wird und also das ist wirklich mal ein richtig einfacher einfacher kampf ich habe am anfang ein bisschen gedacht dass er komplett auf super schütze und volltreffer gehen wird das heißt irgendwie energiefokus und voll auf volltreffer hat er auch attacken die erhöhte volltrefferquote haben aber er spammt die ganze zeit nur blizzard also er macht nichts anderes als die ganze zeit blizzard zu spammen und ja wir spammen die ganze zeit nur up lightheap deswegen hatte ich eigentlich gedacht man müsste irgendwie sowas nehmen wie mauzinger mit kampfpanzer oder pokémon mit panzerhaut hätte ich mir vorstellen können da kommt die nächste drehengrüße jetzt sind wir wieder schön auf plus drei und ebdoch natürlich auf angriff und kp geskillt mit einem hartem besen im prinzip könnt ihr das auch mit einem anderen pokémon machen was siegeswille hat ich glaube siegeswille macht hier echt sinn weil ja jedes mal plus drei seid wenn er trehnengrüße macht und er hat auch keinen windeschnitt keinen luftschnitt also er ist noch nicht stark gegen den typ kampf er ist wirklich der einfachste titanwild den ich bisher hatte ich hatte man kann auch am anfang einmal energiefokus machen das ist auch ganz cool oh die schneelandschaft ist weg kriegt er seinen blizzard nicht mehr das ist natürlich auch schön deswegen macht er direkt wieder schneelandschaft ja also ist schon echt ein einfacher also vielleicht habe ich auch hier einfach den supercounter weiß es nicht aber es ist wirklich schon ein einfacher wait das ist echt so einfach hatte ich es bisher noch nie wenn ich ehrlich einfach A spammen dann könnte man fast den turbo controller rausholen und die ganze zeit nur Ableit team spammen oh da kommt eine finste aura oh die tut weh also soll ich euch noch sagen das war der titan raid mich würde mal interessieren was ihr so als counter nehmt äh ich habe mir auch noch fertig gemacht ihr habt ein galaglari ihr habt jetzt zwar kein siegeswille aber ihr könnt euch am Anfang einmal schwer sonst machen ist aber glaube ich nicht so gut glatt imperio das wäre gut glatt imperio mit siegeswille kann man auch nehmen hat leider kein Ableit team müsstet ihr also auf eisenschädel gehen mit muschelglocke ist nicht ganz so nice aber würde wahrscheinlich auch gehen da hätte es hier wieder das problem mit dem einfrieren aber ja das war der titan raid also wirklich der einfachste raid den ich bisher hatte äh was soll ich noch sagen heute ab 12 bin ich live werde den mit euch machen und äh falls ihr da Probleme habt kommt gerne ins stream vorbei machen wir den zusammen ich fange den jetzt hier noch mit einem pokéball und äh würde mich sehr über ein like auf dem video freuen würde mich sehr über ein follow freuen bin da gespannt was als nächstes kommen wird ich hatte im letzten video ja mal äh philosophiert welchen pokémon noch kommen können finks igamaru sind noch offen einer von den beiden wird bestimmt vielleicht finks ist kommen und ähm ja dann würde ich sagen leute bis zum nächsten mal haut rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal